So, ich hoffe jetzt ist alles wieder richtig eingestellt, Part 6, man glaub ich war Part 6, okay, der ist grad am Hochladen, und ich hab nämlich nicht mehr lange Zeit zum Spielen, heute bis 4 auf Schule gehabt und so weiter, und deswegen muss ich den jetzt schnell spielen, okay, geiler Hintergrund, geiles Level, Moment, ich will was gucken. Okay, ähm, ja, da ist, da geht's nicht rein, doch, da geht's auch rein, cool, die Musik ist schon sehr witzig, wie man sieht, so, okay, oh, das ist immer ein richtig geiles Level. Okay, das ist mal klar, äh, nö, die Musik ist witzig, okay, Mist, ey, okay, so, jetzt aber, speichern, coole Fledermaus, Sonic Fledermaus, ich seh einfach mal, ups, aber irgendwoher kenn ich die Musik, frag mich nicht woher, aber Sonic Fledermaus ist wieder, ja, so, okay, so steh ich mir, sein Event, genau, das sollte auch draußen, Mist, ja, das ist jetzt nicht, aber, das war nicht so geil, aber es wird wieder geil. Mist, ja, das war gut, ich mach mal den Ton an meinem Headset, bist du auch da? So, schon besser. Und die Musik wenigstens, hm, ha, etwas zu laut jetzt, aber es geht schon. Geile Welt, geiles Level, geile Musik, oh, so ist die Welt, so, check, gerade im Feld eingeschleppt. Direkt doppelt, Alter, okay, wir gehen da rein, oder auch nicht, oder was auch immer, boah, die sind noch mal geil. Da, 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 okay, Kettenhunde gibt's hier auch. Oh, was machen die denn hier? Naja, ist uns egal. Woher die ganze Musik kommt? Ah, eine kleine Situation, oh Gott. Ja, geschafft. Auch wenn hier nichts ist, ist das scheinbar aus, als ob da was wäre. Da kommt ein geheimer Ausgang sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ach, da kommen diese Räder lang. Ha, der kommt ja nicht weiter. Was mach ich jetzt? Ha, P-Switch. Oder nicht, ich nehm mich mit. Okay, hier gibt's noch irgendwas, ich weiß nicht alles. Aufweichen. Ne, so war's gar nicht. Okay, wir gehen zurück. Ha, speichern. Aha. Ups. Ha. Ach, das könnte uns später noch genützlich sein. Okay. Ups, Salah. Mist. Ach, man, Leute. Oder Moment, ich hab ne Idee. Wahrscheinlich denke ich, es wäre komplizierter, aber es ist dabei einfach oder sowas. Okay, jetzt würde ich mir das Traumpelin verdauen. Okay, Moment. Speichern. Du, 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 du. Das wird nichts, leider. Ähm, okay, ich bin grad etwas zu doof, da ist aber was zu finden, was man machen muss. Da kommt aber so ein Teil geflogen. Komm. Ah, das sollte eigentlich auf den Teil landen. Aber Moment mal. Genau, die brauchen wir. Ah, Mist. Ich lad noch mal neu. Nee, sowas nicht. Vielleicht ist die Idee ja verrückt, aber... Ah, mein Gott. Komm, Block. Speichern. Mist. Okay. Okay. Ach, Mann. Okay, 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 ich hab's glaube ich. Oh, mein Gott. Geht doch. Ich speichere hier, weil ich nicht weiß, ob das richtig war. Ich hab's nicht mehr. Oh, mein Gott. 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 Ich mag die Musik. Aber, naja, lassen wir es mal so. Da kriegen wir leider vielleicht nichts. Außer ein Pilz. Für die ganze Mühe ein Pilz. Wofür denn der P-Switch da war? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen hab für diesen Part. Und das nächste Mal sehen wir uns dann bei der Burg. Die werd ich auch jetzt gleich schon spielen. Danach hab ich vor heute keine Zeit mehr. Also, heute ist Mittwoch. Der 22. Falls ihr denkt... Hm, der hat doch einen Knall vom, sagt er das? Nein, das ist so. Okay. Jo, okay. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.